Laut dieser Umfrage hier haben 13% der Befragten schon mal ein gebrauchtes technisches Gerät gekauft. Die Hälfte ungefähr könnte sich zumindest vorstellen, das in Zukunft zu machen. Doch den Novo sieht das ganz, ganz anders. Die sagen, das ist sogar hier ultra gefährlich, wenn ihr gebrauchte Computer oder Laptops kauft. Alarm! Alarm! Nachdem ich zu der ersten Gruppe gehöre, die also auch schon seit Jahren diverse gebrauchte Geräte gekauft hat, war ich verwundert. Hier ist ein kleiner Auszug von dem. Das sind ein paar Geräte, wo die meisten gebraucht sind. Hier die zum Beispiel alle gebraucht, Lenovo Tiny gebraucht und gut, der hier war jetzt neu, aber die meisten sind hier gebraucht. Und dazu gibt es auch noch andere Geräte, wo ich bisher keine Beiträge zu gemacht habe. Einer der ältesten ist hier wohl ein i7 Prozessor von Intel aus dem Jahre 2009. Der läuft in einem Testsystem mit 48 GB RAM als Testserver einwandfrei. Der einzige Grund dagegen wäre der Stromverbrauch. Wenn man sich das hier mal anguckt, da gibt es schon Geräte, die deutlich weniger verbrauchen. Das ist jetzt in dem Fall nicht so gravierend, weil das als Testsystem eh bloß gelegentlich bei Bedarf läuft. Bei diesen Geräten hier habe ich fast ausschließlich positive Erfahrungen gemacht. Das einzige Negative, was mal gelegentlich passiert ist bei Privatpersonen, wenn man von denen was kauft, kann es halt mal sein, da ist das Gerät ihnen nicht gereinigt, muss man ein bisschen putzen, aber ansonsten hatte ich da jetzt noch keine ernsten Probleme mit. Umso irritierter bin ich von diesem Forum-Beitrag. Da hat einer hier im Lenovo Support Forum, wo man hier bei Unterstützung sich melden kann, hat hier gefragt, ob Lenovo ihn irgendwie veräppeln möchte. Dieser Text, der hier teilweise zitiert wurde, der stammt von einer Hilfeseite, die war ursprünglich unter dieser Adresse hier erreichbar. Die wurde aber inzwischen, nachdem das medial immer mehr Aufmerksamkeit bekommt, ist das während meiner Recherche entfernt worden. Wenn man hier jetzt draufklickt, ihr seht, da gibt es eine Umleitung auf diese übergeordnete Seite. Da gibt es jetzt bloß noch allgemein zu Laptops, kriegt man hier so Definitionen, was ist ein Ultrabook, Laptop, Tablet und so weiter. Das haben die hier also gelöscht. Allerdings habe ich herausgefunden, es gibt hier ganz unten einen Sprachwähler für die Region. Da kann man verschiedene auswählen. Wenn man da zum Beispiel auf Vietnam und Vietnamesisch geht, dann haben die hier keine Übersetzung eingebaut. Das heißt, man kriegt den englischen Text als Vorbecklösung. Das heißt, da kann man jetzt hier im Original sehen, wie dieser Artikel lautete. Den schauen wir uns jetzt mal an. Die Eingangsfrage ist also, ob es sicher ist, einen gebrauchten Laptop oder Computer zu kaufen. Da sehen wir jetzt auch das, was im Forum zitiert wurde. In a word no, also kurz gesagt nein. Hier war das der Ausschnitt. Das hat er hier von diesem Beitrag kopiert. Interessant, wie man das so pauschal sagen kann. Lesen wir mal weiter. Was ist hier die Argumentation? Der Markt sei unübersichtlich und man kann um sein Geld betrogen werden. Ist nicht falsch, aber ist ein Totschlagargument. Wo kann man denn nicht potenziell um sein Geld betrogen werden? Das hat mit dem Zustand des Gerätes wenig zu tun. Ihr werdet auch neue Geräte zu deutlich höheren Preisen, als sie auf dem Markt gehandelt werden, finden. Oder noch extremer. Ihr bestellt in einem Fake-Shop oder bei einem Account, der geklaut wurde. Auch dann könnt ihr ein neues Gerät kaufen wollen und werdet über den Tisch gezogen. Also hier schon mal ein Scheinargument im ersten Absatz. Gucken wir weiter. Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Gebrauchte PCs seien zwar günstig, aber die Händler würden sie mit dem Neupreis vergleichen, statt dem aktuellen Marktwert. Das sei irreführend. Da gebe ich Ihnen recht. Ein gebrauchtes Gerät hat vor allem nach einigen Jahren nicht den Wert eines Neugerätes. Doch schauen wir einfach mal, wie sieht denn das bei Neuware aus? Hier bei Mediamarkt, da haben wir hier ganz, ganz viele, wo man richtig sparen kann angeblich. 44%, 54%, sogar 61%. Es wird immer mehr. Nochmal 61%, 54%. Und so zieht sich das die ganze Palette durch. Überall richtig riesige Rabatte. Zumindest auf den ersten Blick, denn das hier ist die UVP. Die unverbindliche Preisempfehlung kommt vom Händler und ist nicht binden. Das heißt, der Händler empfiehlt, zu dem Preis könnt ihr das verkaufen. Nun gut, das sind Waschmaschinen, ganz andere Produktkategorie. Wie sieht es bei PCs aus? Vielleicht ist es da ja ganz anders. Nun gucken wir mal, hier geht es auch schon los. Also hier wird immer mit der UVP verglichen. Das ist bei fast jedem Gerät hier der Fall. Muss man erstmal suchen, bis man hier eingefunden hat, wo das nicht so ist. Also da versucht man auch, die Leute in die Irre zu führen. Denn die UVP ist zum einen unverbindlich. Die wird teilweise bewusst hoch angesetzt, damit die Händler mit solchen riesigen Rabatten werben können. Steht hier. Hat man schon einzelne Fälle gesehen. Und darüber hinaus wurde hier in Stichproben auch festgestellt, dass jede vierte UVP nicht mal stimmt. Das heißt, dieser Vergleich ist also doppelt irreführend, weil es diesen Preis so nie gab. Nein, doch! Hier haben wir also das nächste Argument, das mit neuen Gebrauchten wenig zu tun hat, sondern es kommt auf den Händler drauf an. Da kann man sowohl bei neuen Arzt als auch bei Gebrauchten ein schwarzes Schaf erwischen. Im nächsten Absatz kommt der Vorwurf von Lenovo, dass die Händler, also von diesen gebrauchten Produkten, dass die Garantien anbieten, die ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln und sie sollen nicht zuverlässig sein. Natürlich ganz anders bei der Herstellergarantie von Lenovo. Ich habe mir hier mal zwei Shops von gebrauchter Hardware angesehen. Bei dem hier ist ein Laptop zum Beispiel. Da sehe ich jetzt nichts von dieser Anschuldigung, auch wenn man hier mal sucht nach Garantie. Im Gegenteil, da wird sogar noch ausgeschlossen, dass sie auf die Akkulaufzeit keine Garantie übernehmen können, weil es ein Verschleißteil ist. Das ist nachvollziehbar. Dann hier bei so einem Mini-PC, Lenovo Tiny, hatte ich schon mal den Vorgänger bei mir im Test. Da sieht es genauso aus. Zustand gebraucht. Also da ist mal nichts irreführend. Bei einem anderen Shop, da haben sie tatsächlich einen Punkt erwischt. Hier ist nämlich dann bei der Garantie, daraus wird auf einmal die zwölfmonatige Gewährleistung. Die wiederum ist ja verpflichtend. Die muss jeder gewerbliche Hersteller oder jeder gewerbliche Shop anbieten, während Garantie immer freiwillig ist. Das wird hier also irgendwie in einen Topf geworfen. Dann hier nochmal Garantie zwölf Monate. Dann soll bei jedem Produkt immer drinstehen, was da konkret für die Garantie gilt, weil das immer je nach Produkt unterschiedlich ist. Hier ist auch ein Link auf einen Anker. Man sieht es hier oben. Das soll irgendwas auf der Seite sein, aber wird nicht geladen, auch nicht in anderen Browsern. Scheint hier kaputt zu sein. Auch hier nochmal, man soll immer beim jeweiligen Angebot gucken. Das ist vermutlich dieser kaputte Link hier. Also hier tatsächlich das erste Mal ein wirklicher Punkt von Lenovo, dass man hier mit etwas Pech Shops erwischt, wo das nicht ganz so klar geregelt ist. Wobei man sich als Kunde generell im Klaren sein sollte, man kauft hier immer gebrauchte Geräte. Da kann man keine Neuware erwarten. Das Ding kann auch einige Jahre halten. Ist auch in vielen Fällen so. Wie gesagt, ich habe hier Hardware, die ist schon deutlich über zehn Jahre alt. Aber auch über Neuware kann es passieren. Man kauft ein Montagsgerät. Das geht kaputt. Dazu sei zum Zustand auch gesagt, dass Unternehmen, meistens sind solche Geräte ja Leasingrückläufer, dass die, die abschreiben können und meistens im Zeitraum von so ungefähr drei bis sechs Jahren austauschen. Das war hier auch mal eine Zeit lang auf mindestens oder auf drei Jahre angesetzt. Mittlerweile ist es runtergesetzt worden. Aber so, was ich typisch mitbekommen habe, sind in der Praxis meist so drei bis sechs Jahre. Das heißt, entweder geht es dann von den Unternehmen in den Verkauf oder eben über den Leasinghändler, von dem sie ihre Geräte bezogen haben. Das scheint bei Lenovo aber irgendwie kein Argument zu sein. Die betonen hier, es wird immer aus irgendeinem Grund verkauft. Das ist eben, wie gesagt, nicht so. Bei Unternehmen wird Hardware pauschal nach ein paar Jahren ausgetauscht, auch bestens funktionierende. Das ist bei denen ein normaler Lebenszyklus. Aber hier versuchen sie eben zu suggerieren, wenn man was verkauft, dann muss das ja meistens schlecht gewesen sein. Und deswegen sollte man das als Gebrauchgerät nicht kaufen. Noch besser wird es hier. Der Computer könnte langsam sein. Ja klar, wenn das Gerät damals langsam war, ist das nach vier, fünf Jahren nicht besser. Das ist klar. Aber infiziert mit einem Virus, mit einer Schadsoftware. Gerade Sicherheit betonen sie hier, das sei ein Glücksspiel, wenn man da was gebraucht kauft. Außerdem könnte die Hardware kaputt sein. Und man merkt das nicht, bis es zu spät ist. Also bei dem Absatz, da raufen sich einem die Haare, da ist so viel falsch, dass nicht mal das Gegenteil von dem stimmt. Eins und eins ist eins und nicht drei. Erstmal, wenn es kaputt ist, merke ich das. Ich habe vor allem gewerblich Gewährleistungsansprüche. Die sind unberührt. Und auch bei Privatpersonen, wenn ich einen Schaden marke, kann ich reklamieren. Also das ist gar kein Problem. Vielleicht in den USA anders, aber hier in Deutschland ist das kein Argument. Das mit der Sicherheit hier, nun das ist ganz wild. Schauen wir mal auf die Neuware. Oh, was haben wir denn da? Erst vor wenigen Wochen, Mini-PCs unter verschiedenen Markennamen wurden mit Malware verseucht. Also Neugeräte. Hat man hier Schadsoftware drauf installiert und die ausgeliefert. Und das Beste, man weiß nicht mal genau, welche da alles betroffen sind, weil das ein OM-Hersteller ist. Also sprich, der produziert die im Auftrag von anderen Unternehmen. Die kleben da ihr Logo drauf. Und der hat das gemacht. Also nicht die, wo ihr Logo drauf kleben, sondern der Hersteller. Das hat er später auch bestätigt. Also war nicht bloß ein Gerücht, sondern der bietet jetzt Entschädigungen für die betroffenen Kunden an. Ein bedauerlicher Einzelfall. Also erstmal, wenn wir hier auf die Smartphone und generell Android-Geräte gucken, da ist das ein relativ alter Hut. Hier haben wir schon mehrmals Meldungen gehabt, dass dort Neugeräte infiziert, also in Originalverpackung zum Kunde landen. Auch hier haben wir nochmal einen Fall. Und das ist schon 2019 gewesen. In dem Fall Tablets mit Schadsoftware. Das ist jetzt auch nichts wirklich Neues und hat mit dem Artikelzustand wenig zu tun. Ich habe hier noch einen Fall rausgesucht. Da waren es Schulnotebooks mit Windows 10, auch schon 2021, die mit einer Malware hier vorinstalliert ausgeliefert wurden. Das betraf eine ganze Charge von 23.000 Computern. Die Liste könnte man hier noch weiterführen. Kern des Ganzen ist, der Hersteller hat immer die Möglichkeit, die Geräte mit irgendwelchem Schrott auszuliefern. Es gab ja auch eine Zeit lang mal Notebooks, wo irgendwelche dubiose Software vorinstalliert war, weil die Geld dafür bekommen haben. Von dem her, das kann immer ein Hersteller machen. Und übrigens auch jeder auf dem Weg dahin. Das wissen wir ja auch seit über 10 Jahren. Die NSA hat eine eigene Abteilung dafür, die nur darauf spezialisiert ist, dass sie solche Geräte abfängt und mit Schadsoftware infiziert. Und das auch in Deutschland. Auch das weiß man seit 2014, also seit ungefähr 10 Jahren fast. So, jetzt müssen wir aber gar nicht gucken, denn Lenovo, die ja hier ständig betont, dass all das nur gebrauchte PCs betrifft, die waren vor wenigen Jahren selbst betroffen, die haben nämlich vorinstalliert eine Software ausgeliefert, die sich in verschlüsselte Verbindungen mit HTTPS einklingt, um Werbung einzubinden. Also, da ging es darum, dass sie eben mit den Geräten noch mal extra verdienen können. Du kaufst ein Lenovo-Gerät und dann kommt da noch mal Werbung. Jede Einbildung gibt Geld an Lenovo. Super Geschäftsmodell. Einmal fürs Laptop kassiert und einmal für diese Werbeeinblendungen. Hier unten kann man es auch sehen, das Zertifikat, also die haben da so ein eigenes LOOT-Zertifikat auf den Geräten installiert, mit dem man das neu verschlüsseln kann, damit das keine Warnmeldungen gibt, weil sowas ist eigentlich, oder sowas ist man in den Mitteln. Das war ein richtig großes Ding, weil dieser private Schlüssel auch auf den Geräten lag. Das heißt, ein Kunde konnte damit über diese Zertifizierungsstelle Zertifikate erstellen, die auf jedem Lenovo-Gerät als gültig anerkannt wurden, also ein Geschenk für jeden Angreifer. Vor allem die Kunden, die waren ja vollkommen ahnungslos, die wussten das nicht, also sie haben eben ihr Laptop selber platt gemacht, was wohl viele nicht tun. Das Ganze war auch deswegen riesig, weil Lenovo ja nicht gerade eine kleine Marke ist. Das hat hunderttausende Geräte betroffen. Daher gab es etwas später auch ein Gerichtsurteil. Lenovo musste dreieinhalb Millionen erst mal an Strafe bezahlen. Dazu gab es die nächsten 20 Jahre Sicherheitsaudits. Das heißt, da muss jemand drüber gucken, damit die solche Schlampereien nicht nochmal machen. Der Text geht noch weiter. Hier werden weitere Gefahren genannt, immer wieder Schadsoftware, Malware. Mit Read More gibt es hier noch weiter unten einen Abschnitt, worauf man achten sollte. Wird ein kleines bisschen besser, aber auch nicht viel. Und natürlich schlussendlich bin ich besser dran, wenn ich mir einen neuen Computer-Laptop kaufe. Das halte ich doch mal für sehr fraglich. Wie heißt es so schön, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. Also Lenovo versucht hier mit teilweise massiver Propaganda die Gebrauchtgeräte zu diskreditieren. Dabei sind sie selber nicht besser. Aber das behaupten sie hier. Denn hier, es gäbe hier so viele Optionen von Händlern wie Lenovo das gebrauchte Geräte zu kaufen, ist ja so gefährlich mit hohem Risiko. Das lohnt sich meistens gar nicht. Aber bei Lenovo sowieso, da ist alles besser. Das ist so der Tenor von diesem Artikel in verschiedene Absätze gepackt. Das zieht sich durch den Rest durch. Da sind wenige Wahrheiten drin, viel Propaganda und Totschlag-Argumente. Finde ich ziemlich dreist. Vor allem, weil auch langsam das normal klare Bewusstsein kommt, dass eben unbegrenztes Wachstum nicht möglich ist, weil der Planet begrenzte Ressourcen hat. Und gerade Elektroschrott, das ist ein riesiger Berg. Wir haben hier Statistiken, auch dass der immer weiter ansteigt. Hier unten derzeit also von 2022 haben wir hier Zahlen. Jeder Bundesbürger hat im Schnitt rund 20 Kilo Elektroschrott pro Jahr. Das ist schon eine Menge, wenn man sich das mal vorstellt, bei 84 Millionen Bürgern ungefähr. Und dann wird der nicht mal recycelt, sondern nur 44 Prozent davon. Also ein Großteil davon ist verloren. Schadet dort der Umwelt, den Menschen. Das ist ja bekannt, unter welchen Bedingungen da dann Kabel abgebrannt werden und ähnliches. Also das, was hier Lenovo macht, ist aus meiner Sicht vollkommen schäbig und unehrlich. Ich habe die Version bei meiner Recherche auch auf Webarchiv einmal gesichert, damit ihr die später noch nachgucken könnt, falls Lenovo diese Seite hier entfernt, was derzeit noch nicht der Fall zu sein scheint. Kann aber sein, das kommt mit ein bisschen Verzögerung. Und es gibt im ULabs-Artikel nochmal ein Screenshot von dieser gesamten Seite, damit ihr gucken könnt, das ist wirklich eins zu eins so dort geschrieben worden und kein Fake. Was denn geht darüber? Schreibt es gerne auf ULabs, die ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.